Für Deutschland ist bis jetzt und bleibt die USA ein außerordentlich wichtiger Partner. Das möchte ich wirklich ganz stark betonen. Das ist ein wichtiger Partner in der NATO und ist ein sehr wichtiger Partner bilateral und ist ein sehr wichtiger Partner in den bilateralen Handelsbeziehungen. Für unsere Politik gilt, dass wir den Bau von Mauern nie für eine Lösung halten, weder zur Bewältigung eines Flüchtlings- oder Migrationsproblemes noch bei Handelsfragen.